Du has in the house und herzlich willkommen und heute geht es um unser Challenge-Update und mehr zurück geht es nach dem Intro. Erik hat was Falsches gesagt, ist kein Challenge-Update sozusagen, sondern eigentlich der Challenge-Video pro Monat. Ein Challenge-Update kommt erst Mitte Januar. Richtig kann man schon sein. In diesem Video werden wir euch ein bisschen über unsere Challenges informieren, was wir lesen. Es kommt noch eine Challenge hinzu, die aber nicht so dramatisch ist. Was ist das Grüne? Ach, ich habe gedacht, das ist eine Weihnachtskarte hier oben. Irgendwas. Irgendein Buch. Ja, hätte ich gedacht. So ein Riesenbuch. Noch größer als die Bibel. Fang du dann mal an mit der Chubby Book Challenge. Nein. Unsere. Also wir haben ja eine Two-Heads-Challenge gemacht, aus dem Grund, dass zu dem Zeitpunkt, als wir die entworfen haben, noch nicht klar war, ob die Regenbogen-Challenge gemacht werden soll oder nicht. Hat sie es schlussendlich? Ja. Naja. Aber wir haben ja unsere eigene gemacht. Diesen Monat ist die Farbe weiß dran. Und deswegen habe ich mir das Buch von Jennifer Estep Frostkuss ausgesucht. Wenn ihr in unserer Challenge teilnehmt, dann könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr dafür auswählen wollt. Sag doch noch ein paar Daten dazu. Und worum es da geht. Das Buch ist von Jennifer Estep. Frostkuss mit der Akademie 1. Kostet 14,99 Euro. Oh. Ist im Ivy-Verlag erschienen und hat eine Seite von 380, glaube ich. Und es hat einen riesen fetten Katja. Ja. Worum geht es denn dann? Es geht um Gwen Frost, die, wenn sie einmal Menschen berührt, die Erinnerungen von denen sieht. Und die Vergangenheit. Und alles, was er erlebt hat und gefühlt hat. Und ja. Das ist so ein... Ich glaube, das wird so ein richtig geiles Buch. Es ist aber ein 8-Teiler, oder? Nein, 6. 6-Teiler? Ja. Ich konnte mich nie aufhoffen, diese Reihe anzufangen. Aber ich hoffe durch meine Challenge... Ich muss ja die Challenge machen. Wenn ich meine eigene Challenge nicht erfülle, wäre das ja ein bisschen komisch. Deswegen... Frostkuss. Ja. Dann mach du mal weiter. Ich mach als letztes. Ähm... Ich hab mir überlegt, dass ich ein Buch auf mehrere Challenges gelten lasse. Heißt... Das hier gilt auch für die Farbe Weiß. Als, äh... Schoki-Books-Challenge. Weil ich glaube nicht... Äh... Was war das nochmal? Dann weiße Schokolade, oder? Weiße Schokolade. Weiße Schokolade! Abgehakt! Bäm! Ja, wenn ich es noch für mich schon gelesen habe. Ich muss mir bereits irgendwann mal auf dem Computer erstellen meine ganzen, äh... Challenges. Und dann kann ich immer abhaken. Ähm... Denn ich glaube nicht, weil ich hab gerade irgendwie vier oder fünf Challenges, die ich mache. Und dafür dann, für jede einzelne Aufgabe ein Buch zu lesen, das wären dann so viele Bücher, die ich gar nicht lesen würde. Deswegen mache ich es erstmal so. Falls ich damit schon Mitte des Jahres fertig sein sollte, mache ich das nicht mehr so und mache das nochmal neu. Du machst es nochmal neu? Nicht neu, sondern diese, die... Achso, die doppelt... Ja, die mache ich dann. Ja, okay, okay. Verstanden. Ding, ding, ding. Dann, ähm, zur Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie die Aufgabe weiß, wie es ist. Ein Einzelband. Habe ich mir von... Snack oder so? Naschen. Kleiner Snack für zwischendurch. Ja. Oder Naschen? Ne. Ah ne, kleiner Snack war doch 200 Seiten, oder? Nein, das war durch Naschen. Einzelband, dreh dich nicht um, von Jennifer Alarm. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Einzelband werten soll. Oder als nervenaufreibendes, spannendes Buch. Das werde ich mir dann entscheiden, weil ich habe hier auch nervenaufreibende, spannende Bücher und ich habe nicht so viele Einzelbände, deswegen... Werdet ihr ja im Challenge-Update sehen, wie er sich dann entschieden hat. Ähm... So, er hat noch etwas? Ähm... Achja, ähm... Ich habe eine Challenge vergessen. Und zwar... Ich habe mich da nicht angemeldet, aber ich versuche es zu schaffen. Und zwar die Serienkiller-Challenge. Da muss man versuchen, in zwölf Monaten zwölf Reihen zu beenden. Das wird eigentlich bei mir, ähm... Ich weiß nicht, es wird ermittel... Hat Silber noch ein drittes? Ja, Silber kommt ja dieses Jahr raus, das wäre schon mal eins. Dann die Bestimmung möchte ich zu Ende lesen und... Äh... Was gibt's denn noch? Ja. Da fängt schon an. Dark Village, Gelöscht-Trilogie, ähm... Alice in Zombieland und die Rückkehr ins Zombieland und Touch vielleicht und die Überlebenden... Oder wenn man dann nicht der Teil rauskommt... Tatsch... Die Überlebenden... Ich fürchte mich nicht und... Und so weiter und so fort. Nach dem Sommer... Ich fürchte mich nicht einer Diologie... Nein, Diologie. Hat... Ist das dritte Buch schon draußen? Beziehungsweise... Wird... Okay... Dann... Nach dem Sommer... Nach dem Sommer? Ja... Dann vielleicht... Es da oben ist... Zwei... Ist doch egal... Ah... Ähm... Es wird auf jeden Fall... Notfalls... Macht er sich da noch so eine Diologie... Und vielleicht, ähm... Die, äh... Lux-Reihe... Wenn ich die auf Englisch weiter lese, dann... Hier auch... Och Gott... Einfach... Alle durch... Dieses Jahr... Jolo... Nein... Äh... Okay... Mach du weiter... Juhu... Also... Meine Challenge, äh... War ja... Dass ich euch... Vier Bücher zeige... Und ihr... Mir... Vorschlagen könnt... Wird... Ne... Nicht vorschlagen... Sondern vorschreiben sogar... Äh... Welches Buch ich lesen soll... Das wird dann so funktionieren... Ihr könnt das unter 1-2-8... Oder... Hier machen... Und ich... Jeder hat eine Stimme... Der... So... Sehr demokratisch alles... Und das Buch, was am meisten Stimmen hat... Werde ich dann lesen müssen... Das... Äh... Bis zum Challenge-Update... Mitte des Monats... Äh... Ist das dann festgelegt... Welches Buch ich dann lese... Und werde es dann auch lesen... Und diesen Monat steht zur Auswahl... Finding Sky von... Jos... Jos... Sterling... Ähm... Es ist ein Buch... Ah ne... Finding Sky, die Macht... Der Seelen... Ich vergesse immer den... Das Kleingedruckte immer zu lesen... Es kostet 16,95 Euro... Und hat... Ich hab's wieder vergessen... Wir haben grad One Two Heat gedreht... Und da hab ich das ganze schon mal gezeigt... Äh... Das... Hat... 459 Seiten... Ähm... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Und ist im... Ich verlerge es in DTV... DTV... Und da geht's halt etwas um Liebe... Von wegen, dass Sky Angst vor... Äh... Ihrer dunklen Vergangenheit... Und somit vor Beziehungen hat... Und... Ähm... Angst deswegen vor einen... Sad... Benedikt hat... Der... Etwas mysteriös auf sie wirkt... Und jetzt fällt mir auch ein... Den Twilight, den ich dir beschrieben hab... War davon... Ähm... Davon gibt's nämlich auch ein Buch-Trailer... Könnt ihr euch ja ansehen... Vielleicht gefällt euch das Buch... Euch ja... Das ist eine Triologie... Das nächste Buch ist auch ein sehr schönes Einzelband... Vermutlich ein Einzelband... Und zwar Panic... Von Lauren Oliver... Die auch die Armor-Triologie geschrieben hat... Wer Angst hat... Fliegt raus... Ne... Ist raus sogar... Äh... Ist vom Carlsen Verlag... Und hat 17,99€ gekostet... Die Seitenanzahl steht hier... Weil... Das Buch ist noch eingeschweißt... Die dritte Auswahl ist... Äh... Silber von Kerstin Gier... Ich... Mach mal hier so... Weil... Ein... Ein demokratischer Staat... Eine demokratische Abstimmung... Soll ja ohne Beeinflussung bestimmen... Äh... Geschehen... Und wenn jemand... Jemanden beeinflusst... Dann wird... Der Beeinflusser... Im Gefängnis eingesperrt... Und... Und... So passiert es auch bei uns... Er wird jetzt gleich im Gefängnis... Ja natürlich... Hereingesteckt... Das ist das erste Buch der Träume... Und... Kostet 18,99€... Und... Ich sehe das Erich... Im Augenwinkel... Hat... 397 Seiten... Es geht um Träume... Das erste Buch der Träume... Äh... Dass jemand bei... Träumen... Eindringen... Ich glaube... Du brauchst es gar nicht jetzt... Jemand von anderen gelesen haben... Heyyyyyy... Ja gut... Und das letzte Buch... Ein Buch mit sehr vielen Markierungen... Dank lieber Eric... Ich sage... Siehe das Video wieder... Auch in der Rez... Ne... In der Rezension gar nicht... Weil... Die ist ja schon draußen... Ich fürchte mich nicht... Von Tahiroma... Darf ich nicht etwas reden... Mei... Ich fürchte mich nicht... Von Tahiroma... Ein Roman... Oder eine Dystopie... Von Goldman Verlag... Es kostet... 9,99€... Ist ein Taschenbuch... Und... Hat... Leseprobenseiten... Ne... Ähm... Hat... 316 Seiten... Hey... So... Es kann auch sein, dass ich... Nicht nur dieses... Zwingend notwendige Buch lese... Sondern auch... Weitere Bücher... Im gleichen Monat lese... Das ist ja dann... In meiner Hand... Ob ich das mache... Oder nicht... Hauptsache... Ich darf das eine Buch... Falls kein Kommentar kommen sollte... Stell ich ihm 3 Aufgaben... Glaub ich... Ne... Ne... Das waren so... Ja... Drei... Waren das nochmal... Drei Aufgaben... Ne... Äh... Von wegen... Lese ein gelbes Buch... Lese einem... Eine Subleiche... Oder... Lese einem... Subleiche... Oder... Lese einem Buch... Was du schon immer lesen wolltest... Und ich muss dann eins davon aussuchen... Das habe ich aus... Das mache ich aus dem Grund... Weil ich mir noch eine gewisse Freiheit... Ähm... In meinen Lesefluss wünsche... Weil... Äh... Deswegen bin ich auch in keiner anderen Challenge... Weil... Ich das zu sehr beeinflusst finde... Ich persönlich... Also... Da kann ich nichts wirklich... Pendeln... Und das war es dann auch schon... Nein... Ähm... Ich möchte noch ein paar Informationen sagen... Ähm... Ich habe noch meine... Äh... Sub-Sanktionen... Die ich dann jetzt auch... Ähm... Machen werde... Ich habe so viel geredet... Äh... Achso... Sorry... Du willst mich irgendwie verspotten oder so... Ähm... Da kommen dann jetzt wahrscheinlich auch noch... Äh... Und ähm... Ich finde es irgendwie... Ich weiß es nicht... Ich mag dieses... Das Einzige, was mich daran aufregt... Ist wenn man einfach geschenkt bekommt... Dass man da einen Minuspunkt kriegt... Wieso ist das denn so? Das ist ja eigentlich okay... Ist ja ein Buch, was noch weiter in die Sub kommt... Finde ich persönlich... Es hat ja trotzdem weniger... Ähm... Punkte als wenn du... Ein Buch kaufst... 3,4 Punkte... Ja... Stimmt auch wieder... Und... Wenn du das Buch gelesen hast... Dann hast du mehr Punkte abgebaut... Als du... Ähm... Abgezogen bekommst... Was? Du kriegst dein Buch geschenkt... Ja... Hast minus 1 Punkt... Ja... Aber wenn du es gelesen hast... Kriegst du plus 3 Punkte... Achso... Ja... Mal gucken wir an... Ob es eine Einzelwand oder nicht... Dann hast du ja sozusagen... 2 Punkte... Geschenkt bekommen... Pfff... Aber nochmal hättest du... Normal hättest du... Drei Punkte geschenkt bekommen... Ja... Wenn du es nicht gekauft hättest... Und es schon im Egal stehend... Dann hättest du... 3 Geschenk... 3 Punkte geschenkt bekommen... Ja... Egal... Ähm... So... Ähm... Noch etwas? Ähm... Nein... Alter... Das ist schon... Dunkel... Was? Ne... Egal... Ich... Ähm... Das... Was? Video... Ich glaube nicht, dass ihr es gehört habt... Das war es auch schon... An diesem Video... Und... Das Change-Update... Mitte des Monats folgen... Ich sag mal so... 15 Tage... Einfach so... Grob reingesagt... Bis dahin... Ist mal noch ein bisschen Zeit... Und... Bis dahin... Habt Spaß mit dem... Was ihr... Tun wollt... Und... Machen wollt... Und... Heffern... Jo... Das war es auch eigentlich schon mit diesem Video... Und vergesst nicht... Liken... Teilen... Favorisieren... Abonnieren... Und kolorieren... Viel Spaß!